Hi Leute! Ich bin heute für euch als Supercat mittendrin im Stuttgarter Umzug. Mal schauen, wen und was ich hier so finde. Früher hatte ich ja ein bisschen Angst vor den Hexen. Mal schauen, ob sie heute ein bisschen freundlicher zu mir sind. Auf geht's! Böse Hexen oder gute Hexen? Liebe. Eigentlich sind wir böse. Nein. Nimmt ihr die Kinder dann mit und tut sie verschleppen? Ja, halt Schuhbändle klauen oder Heu-Seife oder irgend sowas. Mit was seift ihr die dann ein? Oh Mann! Okay, das ist ja erfaschend. Warum hast du dich als Penisverkleidung? Ich habe eine Wette verloren. Was für eine Wette war es? Ich habe gar keine Wette verloren. Mir fällt kein Grund ein, das ist das Problem. Und das, meine Lieben, ist eine Hexenpyramide. Mit den Zuschauern mit. Mir meinen sie ganz böse an. Mir, you touch my Tralala! Ja, nein. Je nachdem, ja. Was macht ihr mit den Kindern? Ja, wir fressen die natürlich. Hallo, ich bin voll übergewichtig. Das heißt, du musst danach im Fasching viel Sport treiben? Ja, willst mitmachen? Treffen wir uns mal.